Einfach gehen da raus! Wo starten die anderen da hinten? Einfach immer auf grün zielen! Also nicht Baum oder so, nicht uns grün, sondern Gegnergrün! Darf ich dann schießen? Das kannst du gerne versuchen! Und auf die roten Tasch ausschießen! Mach schon was los auch mal! So anlegen! Reiz! Los geht's! Ja, gleich wehrt er sich! Ja! Schütteln! Hopper! So, bereit? Jo! Habt ihr Vorlieben von Seiten her? Nee! Das ist egal, aber wir haben den Linkshänder dabei! Okay! Ich wechsle eh Seiten, mir ist das wurscht! Gut, wir gehen da rüber! Okay! Geht ihr beide zu zweit rüber? Wir gehen links rum! Okay, dann gehen wir beide so in die Mitte und versuchen dann... Deckung, ja! Immer ein bisschen durchreden, Alter! Ja! Ja! Und wenn ihr jemanden zieht! Hey, hol an! Klaus! 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 Das ist wieder so peinlich! Klaus! Tanz! Zwei gehen links, vier rechts Zwei, die Richtung Warte noch, da können wir noch nichts machen Die anderen müssen wir hier schauen erstmal Da hinten kommen wir Ne, so weit kommst du nicht Also ich seh einen Ich seh einen genau da Der ist ungefähr da bei dem Holzhauf Da hinten müsste auch einer sein, da fällt der Schnee runter Warte mal hier, ich geh jetzt erstmal hier davor und schau was passiert Da ist ein Team von uns Ich seh beim Haus einen Ich hab einen gedacht, ich hab einen gesehen Da ist er da, hörst du? Ja Ah komm schon Da hinten sind sie schon eingebrochen Da hinten siehst du einen, siehst du? Ja, vorsichtig, aber nicht beschießen Ich geh mal zur Hütte Ich gehe mal zur Hütte Ich gehe mal zur Hütte Ich gehe mal zur Hütte Da ist der Hütte Da? Blau oder Löse? Da ist blau Ich weiß Komm, 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 komm Da ist ein See, Vorsicht Komm, komm, komm Das ist eine weitere Frage Ich gehe mal zur Hütte Jetzt Vielen Dank. Ich würde immer erst ausschalten sonst. Ich bin hit. Geh. Ist das kalt. Ja schon oder? So geht es aber nicht. Ich habe auch so eine scheiß Schlampfütze getroffen. Ja ich bin da gelaufen. Ich bin da über den Raum kaputt rum. Klaus geh da bist du drin. Ja dann geh komm. Nicht zu uns. Du siehst gleich. Nicht zu uns. Das wäre aber peinlich. Nicht zu uns. So kommst du her. Hey. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast einen eigenen rausgeholt Klaus. Einen? Ich habe einen eigenen. Mein Kollege. Du hast einen. Schau. Hauptsache. Bleib mal. Und man hat die Schuhe nicht. Du hast einen. Du hast einen.